Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Stefan, den Kunden an Säule 4 kenn ich. Krass, das ist Ralf Schmitz aus Sieben-Zwerge-Schiller-Straße und genial daneben. Nee, ich mein den Kleinen da. Der hat mein Lieblings-Katzenbuch geschrieben. Einmal die 4 und unser Katzenstreu, bitte. Herr Schmitz, wegen Ihnen hab ich 6 Katzen. Das kann überhaupt nicht sein, ich hab gar keinen streudenden Kater. Nee, meine Mama hat immer gesagt, ich brauch nen Hund, weil das das einzige Lebewesen ist, von dem ich ein Wau bekomme. Ja. Und dann hab ich ihr Buch gelesen und seitdem leb ich mit meinem Freund in der Katzen-WG. Ja, aber stören Sie nicht die vielen Haare überall, das Müffeln und dass Sie das Sofa nicht mehr für sich alleine haben? Katzen müffeln doch nicht. Nee, nee, ich mein ja auch Ihren Freund. Ach so, Sie sind so schmitzig, Herr Witz. Äh, ja, so ähnlich, ist aber egal. Dürfte ich zahlen? Ja klar, Ihr Besuch soll ja nicht für die Katz gewesen sein. Oh, keine Sorge, nicht bei Ihren Preisen. Hä? Da geh ich eher vor die Hunde? Ach, nach 3612 Euro sammeln Sie Brekkies-Punkte, haben Sie eine Katzahn-Card oder sind Sie im Tim-und-Struppi-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitteschön. Läuft bei dir. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.